Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Feastbeast Infinity Evolved. Ja, ich bin jetzt mal einiges bei dem Livestream von dem Kopf da oben vom Trivolo dabei. Und zwar haben wir in dem seinen Zwischen-Stream, ich hatte schon fast 24 Stunden Stream gesagt, haben wir den Expertenmodus von Feastbeast Infinity Evolved angefangen. Hier, während ich weiß, was das ist, jeder, okay nicht jeder, aber man kennt so das ungefähr das Rezept von einem Controller, ist ein bisschen teurer, ein bisschen Skyzone und so weiter. Hier. Auch. Ahem. Das ist peinlich. Ich glaube, er hat... Ah, hier sieht man es. Ähm, es sind ein paar neue Rezepte dazugekommen, unter anderem der Creative Energy Cell, ist nicht ganz billig. Joa. Auf jeden Fall, der Expertenmodus von Infinity Evolved haut neue Rezepte rein. Unter anderem der Controller ist eigentlich teurer als sonst. Und, naja, auf jeden Fall, heute Abend um 20 Uhr, wenn ich mich nicht täusche, müsste 20 Uhr sein, gibt es einen weiteren Livestream. Wir machen was weiter. Schaut auf jeden Fall beim lieben Trivolo vorbei. Ich selbst werde nicht streamen, ich da nicht die Mischheit zu. Werde auch dabei sein, hier auch unterstützen. Haben wir ja schon so eine Liste gemacht von Plänen und so weiter, die ich vorhabe. Haben hier so ein bisschen Botania gemacht, da ein paar Laser. Kleine Nahrungsversorgung. Um die Nahrungsversorgung werde ich mich wahrscheinlich kümmern. Ich habe ja da schon so ein paar Pläne gemacht, was ich machen kann. Weil wir kommen momentan nicht so wirklich weiter, weil uns ein paar Ressourcen fehlen. Ich persönlich würde es aber so machen, dass ich dann nach jedem Livestream mal ein kleines Infovideo mache, was sich hier alles getan hat. Ja, und ich würde sagen, schaut auf jeden Fall heute Abend rein. Beim lieben Trivolo, beim lieben Klatto und bei mir. Dann bis heute Abend.